Andi hat das ja gerade schon ganz geschickt gemacht, sozusagen die Fragerunde aus dem Publikum eingeläutet. Und da würde ich dann in Sachen Transfers eine Frage direkt aufnehmen, die ich einfach so schön finde, weil sie so voller Fußballromantik trieft. Und weil sie nicht nur einmal gekommen ist. Und weil sie nicht nur einmal gekommen ist. Ist Julian Draxler einer, den wir vielleicht nochmal auf Schalke sehen würden? Also ich glaube, ich hoffe, dass wir ihn noch häufiger auf Schalke sehen. Das würde nämlich bedeuten, dass er eben auch zurückkommen wird zu seiner Familie. Als Spieler, glaube ich, ist es jetzt aktuell wahrscheinlich Lichtjahre auseinander, Anspruch in Wirklichkeit. Aber wie mit allen Ex-Spielern sind, ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir unsere verdienten Spieler, dass wir die dementsprechend auch würdigen wollen. Und insofern würde ich mich eben auch freuen, wenn er zurückkehrt. Ich habe ihn schon einmal bei einem Besuch gesehen, als er Norbert Elgert besucht hat beim Training. Insofern war der Kontakt sehr, sehr schön. Und ich hoffe, wir verdienen uns, dass wir so einen Anlauf dann mal überhaupt nehmen können. Und ich hoffe, wir sehen uns, dass wir so einen Anlauf dann haben.